Herzlich Willkommen zur vierten Episode dieser Staffel und heute geht es um die Nemecek Group aus Deutschland. Diese wurde 1963 gegründet. Wir sind übrigens auch auf Facebook und Instagram zu finden, also wenn ihr wissen wollt, wie der Plan der nächsten Wochen ist und wenn ihr natürlich Ideen habt, was für Unternehmen wir noch analysieren könnten, dann könnt ihr diese Kanäle prima nutzen, um mit uns zu kommunizieren. Und wir sind natürlich keine Anlageberatung, deshalb stellt dieses Video auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und wir geben auch keine Garantie auf die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten. Viel Spaß! So, dann schauen wir doch mal, was die Firma so treibt. Und hier der aktuelle CEO und auch der Firmengründer, der in den 60er Jahren dafür sorgen wollte, dass die Abläufe in der Bauindustrie eben vereinfacht wurden und dementsprechend eine Softwarefirma daraus entstand. Professor Georg Nemecek hat auch 2001 das Bundesverdienstkreuz bekommen, nur ganz nebenbei. Hier ein Auszug aus dem Geschäftsbericht, der eigentlich gut umschreibt, was die Firma anbietet. Die Nemecek Group unterstützt mit ihren Softwarelösungen die Digitalisierung entlang des gesamten Baulebenszyklus, von der Planung bis zur Betriebsphase. Der strategisch-ganzheitliche Ansatz ermöglicht es, Investitionen und Kompetenzen in den vier kundenorientierten Segmenten zu bündeln und zu fokussieren und, anders als viele Mitbewerber, unterschiedliche Industrien zu bedienen. Also letztlich begleitet die Nemecek Group den gesamten Bauprozess. Und diese vier kundenorientierten Segmente, die werden wir uns natürlich noch genauer anschauen. Aber wer sind nun die Kunden von der Nemecek Group? Zum einen fallen hier Architektur- und Designbüros, Tragwerksplaner, Ingenieure aller Fachrichtungen, Planungs- und Dienstleistungsunternehmen, Bau- und Bauzulieferungsunternehmen, Prozesssteuerer, Generalverwalter, die Hausverwaltungen sowie Gebäude- und Facilitymanager. Und hier seht ihr die vier Segmente, die gemeint sind und auch in Aufteilung nach den Umsätzen. Der Hauptteil fließt mit 56% in das Segment Design und damit ist die Planungsphase gemeint. Also hier werden Softwarelösungen angeboten, um beispielsweise Architekten zu helfen, ein Projekt überhaupt erstmal ordnungsgemäß zu planen. Das Segment Build mit 32%, dies sorgt dafür, dass in der Bauphase die entsprechenden Parteien besser miteinander kommunizieren können und dass auch die Abrechnung eben ordnungsgemäß erfolgen kann. Das Segment Manage mit 7%, das richtet sein Augenmerk eher darauf, dass nun das fertige Gebäude nun optimal betrieben werden kann. Also letztlich sind das hier Softwarelösungen, um Einsparungen zu erzielen und eine Optimierung vom Gebäudemanagement zu erzielen. Das Segment Media und Entertainment richtet seinen Fokus hier eher auf das Erstellen von professionellen 3D-Modelings, also Paintings und Animations und Renderinglösungen. Also das ist auch ein Bereich, wo nicht nur der Architekt davon profitiert. Also auch Kunden aus der Film-, Fernsehen- und Werbeindustrie, auch der Spieleentwicklung setzen hier auf diese Spezialisten, um ganz einfach eine ordentliche Visualisierung in der Architektur zu ermöglichen. Aber hier werden auch einige Sachen angeboten, die auch weiterführen, wie bei der Architektur. Hier seht ihr nochmal die Konzernumsätze aufgeteilt, auch mit dem Vergleich zum Vorjahr. Und ihr seht auch die Wachstumsraten. Und gerade im Bereich Manage seht ihr auf jeden Fall mit 178,8% das größte Wachstum. Hier seht ihr die 16 Firmen, die zur Nemecek Group gehören. Also man kann quasi sagen, die Nemecek Group ist eine Art Holding, ein Dachverband. Und diese Firmen, die stellen individuelle Softwarelösungen her und ordnen sich eben hier in den Segmenten unter. Es würde natürlich zu weit führen, jede Firma hier einzeln zu besprechen. Ich picke mir jetzt mal zwei, drei raus. Und zum einen hier im Manage-Segment haben wir zum Beispiel die Creme Solutions. Und diese sind führende Anbieter von Softwarelösungen aus dem kaufmännisch-technischen Bereich. Und Spacewell ist beispielsweise eine Firma, die hier auf die Auswertung von Gebäudedaten zielt. Also hier geht es um Optimierung vom Gebäudemanagement und natürlich darum, Einsparungen zu erzielen. Die Firma Maxon im Media- und Entertainment-Bereich ist natürlich in dem Segment hier etwas alleine. Und ist hier auch maßgeblich für die kompletten Umsätze dieses Segments verantwortlich. Diese sind eben bekannt für ihre Programme Cinema 4D und Bodypaint 3D. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist dies nicht nur interessant für die Bauindustrie. Also hier zählen auch zu den Kunden eben die Film-, Fernseh- und Werbeindustrie. Und dementsprechend kann man hier auch etwas breiter fächern. Die Umsätze nach der Erlösart sortiert seht ihr hier. Und mit 53,8% finden wir hier wiederkehrende Umsätze. Also quasi Abo-Modelle. Und das ist natürlich sehr interessant, da man sich auf diese Art von Umsätzen quasi verlassen kann. 41% gehen hier an die Softwarelizenzen und eben 5,2% an die Beratungen und auch die Hardware. Der Umsatz in den Regionen verteilt, sieht so aus, dass über die Hälfte in Europa verdient wird. Also 25% vom Gesamtumsatz geht hier auch wirklich in Deutschland. Und das ist natürlich schon etwas, was man bedenken muss, wenn man in Nehmecheck investiert. Also man ist hier wirklich ziemlich europalastig. Das muss natürlich ins Portfolio passen. Spielen wir mal das kleine Spiel, was wäre wenn. Und zwar, was wäre, wenn ich eine Aktie des Unternehmens vor 10 Jahren gekauft hätte, mit dem Ziel, diese nach 10 Jahren eben wieder zu verkaufen. Der Einstieg war zum 01.01.2010 geplant. Ich habe 4,11 Euro bezahlt. Die Dividendenrendite lag bei 1,95%. Und hier ist die WKN-Nummer für denjenigen, den es interessiert. Der Chart der nächsten 10 Jahre sieht hier auf jeden Fall sehr fulminant aus. Der Ausstieg ist quasi genau in 10 Jahren darauf geplant. Also der 31.12.2019. Die Dividendenrendite zum Einstiegskurs liegt nun bei 6,81%. Und ich habe 1,71 Euro an Dividenden erhalten. Dies macht von der Gesamtinvestition schon mal 41,61% aus. Also nicht schlecht. Der Kurs ist jetzt bei 61,65 Euro. Ich verkaufe dennoch und der Total Return, also die Kursgewinne und die Dividenden zusammen, machen 59,25 Euro. Dies entspricht 1.441,61%. Also mehr wie ein Ten-Bagger. Das ist wirklich fantastisch. So, dann kommen wir noch zu den harten Fakten des Unternehmens und beginnen mit der operativen Stärke. Hier ist der Umsatz der vergangenen 10 Jahre. Und dieser ist schön im Aufwärtstrend. Wenn man sich das Ganze in Prozent mal anschaut, sehen wir auch, dass jedes Jahr der Umsatz gesteigert werden konnte. Und auch die Erwartungshaltung hier von 2020 bis 2022, diese kommt von Marketscreener.com, diese ist ebenfalls in einem positiven Bereich. Die Durchschnittswerte liegen hier bei 15,85% und die Erwartungshaltung bei 15,53%. Also dafür gibt es volle Punktzahl. Die Bruttomarge errechnet sich ja nun aus dem Umsatz minus den Produktionskosten und diese sind wirklich sehr niedrig gehalten. Also die Bruttomarge ist hier wirklich in einem sehr hohen Niveau, über 95%. Also im vergangenen Geschäftsjahr war es 96,37%. In den vergangenen Jahren war der Durchschnitt bei 96,01%. Also das ist wirklich super. Daher volle Punktzahl. Die operative Marge errechnet sich ja nun abzüglich allen Ausgaben, die im operativen Geschäft anfallen. Deswegen hier zur Veranschaulichung der Bruttogewinn. Die Marge errechnet sich natürlich aus dem Umsatz. Hier erstmal die Verwaltungs-, Marketings- und Vertriebskosten, was hier auch den größten Anteil ausmacht. Und die Forschungskosten und dann noch Abschreibungskosten. Die entstandene operative Marge liegt hier, wie ihr oben seht, recht stabil. Und die Durchschnittswerte liegen hier bei 19,8%. Im vergangenen Geschäftsjahr waren es 22,2%. Also für ein Softwareunternehmen ist das sicherlich nicht allzu hoch, aber natürlich gut. Also wir geben hier die Hälfte der Punkte. Die Abschreibungen sind hier die vergangenen Jahre gefallen, auch sehr stabil. Sie sind 2019 etwas gestiegen. Allerdings muss man abwarten, ob das hier ein Ausreiser war. Hier geht es ja nur darum, dass diese Marge möglichst stabil bleibt. Und dies ist eigentlich ja auch der Fall. Wenn man im linken Teil des Diagramms schaut, bewegt sich wirklich diese Abschreibungsmarge ja auch wirklich im kleinen Rahmen. Deswegen volle Punktzahl. Der Gewinn nach Steuern, den seht ihr hier. Und auch dieser ist schön gestiegen. Die Erwartungshaltung von MarketScreener.com geht auch davon aus, dass dieser Trend sich fortsetzt. Hier gibt es schon mal volle Punktzahl für die Gewinnkontinuität. Wenn man sich jetzt die Steigerungsraten anschaut, sieht man bis auf 2012 konnte hier auch der Gewinn jedes Jahr gesteigert werden. Die Erwartungshaltung für 2020 ist allerdings so, dass der Gewinn hier etwas einbricht, beziehungsweise die Steigerung einbricht, aber sich das Ganze eben auch wieder normalisiert. Die Durchschnittswerte liegen hier bei 24,91% und die Erwartung bei 14,19%. Dies ist natürlich gut, wenn nicht sehr gut und daher volle Punktzahl. Die ausstehenden Aktien sind hier auch sehr interessant und hier sieht man, es kamen insgesamt zu zwei großen Aktiensplits. Also einmal 2014 und 2018. Jeweils 1 zu 4 und 2018 1 zu 3. Dies ist insbesondere wichtig, weil der Gewinn pro Aktie eben bereinigt werden muss und natürlich für denjenigen, der 2010 wirklich diese Aktie gekauft hat, hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber der sagt natürlich zu Recht, Moment, ich habe dafür ja keine 4 Euro bezahlt. Natürlich durch die Aktiensplits ist auch der historische Kurs bereinigt. Hier haben wir den Gewinn pro Aktie und dieser ist auch in einem Aufwärtstrend, daher volle Punktzahl. Der Free Cashflow, also beziehungsweise die Marge vom Umsatz dazu, die seht ihr hier und hier bewegen wir uns ungefähr bei 20%, also 20,67% im Durchschnitt. Im vergangenen Jahr waren es sogar 32,76%. Daher hier schon mal volle Punktzahl, also die Firma ist auf jeden Fall schon mal liquide. Die Vorräte zum Umsatz seht ihr hier. Diese bewegen sich in einem sehr niedrigen Niveau und sind auch stabil, daher volle Punktzahl. Und die Eigenkapitalrendite liegt hier konstant über 20%. Die vergangenen Jahre waren es im Durchschnitt 24,55% und im letzten Geschäftsjahr 26,93%. Das ist natürlich sehr gut, daher volle Punktzahl. Der Return on Assets, der bewegt sich hier auch über 10%, also 12,95% im Durchschnitt. Im letzten Geschäftsjahr 14,84%. Das ist auch sehr gut, daher volle Punktzahl. Wenn wir hier jetzt über die Punkte drüber schauen, sehen wir, dass die Nemecek Group hier voll abräumen konnte, bis auf die operative Stärke, also operative Marge, da gab es die Hälfte der Punkte. Allerdings könnte man hier auch mit einem Augen zudrücken, auch die volle Punktzahl geben. Allerdings muss man natürlich fair bleiben. Also hier erhält die Nemecek Group 36 von 38 Punkten, das macht 95%. Aber kommen wir noch zur finanziellen Stabilität. Aber stopp, lasst ruhig mal ein Gefällt mir da, wenn euch der Content gefällt und natürlich ein Abo, wenn ihr den Kanal supporten wollt und keine Folge mehr verpassen wollt. Wenn wir bei der finanziellen Stabilität genauer hinsehen, finden wir ein Eigenkapital von 41%. Also wir erwarten hier eigentlich über 50%, aber mit 41% liegen wir hier auch nicht im kritischen Niveau, deshalb die Hälfte der Punkte. Die Gesamtverschuldung der letzten 10 Jahre seht ihr hier und diese wurde natürlich auch ziemlich aufgebaut und das Eigenkapital im Verhältnis dazu. Die Aufteilung zwischen kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten seht ihr hier. Hier zuerst die kurzfristigen, also die im kommenden Geschäftsjahr fällig werden und hier die langfristigen. Also hier sieht man deutlich, der Fokus liegt eher auf den kurzfristigen, das gefällt uns weniger, deshalb hier auch keine Punkte. Die kurzfristigen Vermögenswerte auf der Gegenseite sind allerdings ziemlich stabil und in einem doch erhöhten Rahmen. Also hier können wir volle Punktzahl geben. Die Ausschüttungen sind natürlich auch wichtig und hierfür haben wir hier erstmal den Gewinn dargestellt und die Dividendenzahlungen. Aktienrückkäufe gab es nicht. Mit dem Free Cashflow sieht das ähnlich aus und wenn wir das Ganze zusammenrechnen, erhalten wir eine Ausschüttungsquote vom Cashflow von 30,1% im Durchschnitt und 2019 von 17,7%. Also hier könnte Nehmecek sogar noch etwas mehr ausschütten. Aber für die finanzielle Stabilität gibt es hier volle Punktzahl. Der einbehaltende Gewinn, also die Gewinnreserven, sind schön steigend volle Punktzahl. Das Goodwill zum Eigenkapital ist hier allerdings ziemlich hoch. Also wie man sieht, die meisten Jahre auch über 100%. Also der eingetragene Goodwill übersteigt das Eigenkapital in der Bilanz. Das könnte natürlich etwas problematisch werden. Hier keine Punkte. Die Verschuldung wollen wir uns natürlich genauer anschauen. Hier gibt es Cashbestände von 209,1 Millionen Euro und eine Finanzverschuldung von 258,4. Dies macht quasi eine Nettoverschuldung von 49,3 Millionen aus. Und dazu schauen wir jetzt auf die Kennzahlen. Hier zuerst kann es die Firma mit einem EBIT schaffen, also das EBIT mal 4, das gesamte Fremdkapital zu tilgen. Hier kommt ein Wert von 1,03 heraus, also prinzipiell nein, aber nur knapp. Also mit 1,03 kann man definitiv noch die volle Punktzahl geben, das ist in Ordnung. Das Current Ratio liegt hier bei 1,09. Das ist allerdings schon etwas kritischer. Also die Gegenüberstellung von kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sieht hier sehr ausgewogen aus. Also wir wollen eigentlich einen Wert über 1,5. Eigentlich ab 2 gilt eine Firma wirklich als stabil. Dies ist hier nicht der Fall. Das Gearing liegt bei 0,14. Also die Firma ist hier quasi nicht in einem kritischen Niveau. Ganz im Gegenteil. Sie kommt mit der Verschuldung allerdings sehr gut zurecht. Das ist quasi die Nettoverschuldung mit dem Eigenkapital gerechnet. Daher volle Punktzahl. Und wenn man die Nettoverschuldung mit dem Free Cash Flow rechnet, kommen wir auf 0,27. Also dieser Wert ist auf jeden Fall auch sehr gut. Volle Punktzahl. Und der Anlagedeckungsgrad liegt bei 0,62. Also hier ist die Firma nicht ganz in der Lage, sein Anlagevermögen mit dem Eigenkapital zu decken. Daher hier keine Punkte. Wenn wir hier über die Punkte drüber schauen, finden wir ein etwas durchwachseneres Bild. Und vor allen Dingen der Goodwill ist ein Punkt, der mich persönlich etwas stört. Wenn wir das Ganze zusammenrechnen, kommen wir auf 19 von 30 Punkten und erhalten 63%. Kommen wir also zur Gesamtauswertung. Wenn wir alle Punkte zusammennehmen, erhält die Nettoverschuldung 55 von 68 Punkten und startet mit 81% ins Finale. Also sehr gut. Wenn euch das gefallen hat, natürlich lasst mal einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr den Kanal supporten wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ihr seid genauso gespannt auf das Finale wie wir. Also wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.